Hi Leute, herzlich willkommen zu einem Coming Soon Unboxing. Wir werden eine Schachtel öffnen, in der Katte's Figuren oder eine Figur, ich weiss es nicht, er ist tatsächlich nicht, was drin ist. Ich werde auch überrascht heute. Wir werden schauen, welche Figuren das sind und wir werden das dann auf unserem Kanal auf YouTube und Madrogan Cat Collection, werden wir dann ein Unboxing machen. Da kommt sie schon. Okay, ich weiss wirklich nicht, was drin ist. Ich glaube, das sind mehrere. Ich werde mal eine rausnehmen. Oh, so cool. Okay, eigentlich gibt es ein cooles Unboxing von Marine. Leicht bekleidete Marine. Oh, die ist cool. Das ist cool. Außer aus dem Anime My Dress Up Darling, wenn ich sagen könnte. Cool. Okay, auf unserem anderen Kanal gibt es dann das Unboxing dazu. Also, die Schachtel kommt durch uns selbst. Und nochmal Marine. Diesmal etwas bekleidet. Okay, Marine. Marine, sehr schön. Dann gibt es einen Marine Unboxing Stream auf YouTube. Auf Madrogan Cat Collection. Schaut mal rein, wenn ihr Lust habt, das Unboxing dann zu sehen. Danke fürs Schauen. Tschüss. 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 Scheiße.